In diesem Video erfahren Sie, wie der Thermotransferdruck funktioniert, verbunden mit der Premiere unseres neuesten Druckers, dem TT431. Außerdem lüften wir das Geheimnis, wie Sie das perfekte Druckergebnis erzielen. Willkommen in der Hellermann-Typen-Akademie, dem Ort von Profis für Profis. Wenn Sie zum ersten Mal auf unserem Kanal sind, dann subscriben Sie uns jetzt und drücken Sie die Klingel. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen zum Thema, alles rund ums Kabel. Der große Vorteil der Thermotransferbedruckung ist, dass Sie verschiedenste Materialien, verschiedenste Produkte dauerhaft in bester Qualität bedrucken können. Bei der Thermotransferbedruckung geht es insbesondere darum, eine tolle Lesbarkeit, eine Abriebfestigkeit und eine Flüssigkeitsresistenz zu erreichen. Sehr oft erreicht uns die Frage, wie funktioniert der Thermotransferdruck? Wir bei Hellermann-Typen reden nicht lang rum, wir zeigen Sie Ihnen. Ich entferne das Farbband. Hier vorne, da ist die Druckleiste, da wird Hitze erzeugt, dort wird der Thermotransferdruck gemacht. Und ich zeige Ihnen im Detail, wie das funktioniert. Wenn wir mal die Druckleiste nehmen, vergrößert, sieht die ungefähr so aus. Da drauf sind auf einer ganzen Reihe ganz viele kleine Dots. Ein Dot ist so ungefähr ein Millimeter groß. Und auf einen Millimeter, ich vergrößere das Ganze mal, haben wir insgesamt zwölf Bildpunkte. Das heißt, zwölf kleine Dots arbeiten zusammen, um einen Millimeter Druckbild zu erzeugen. Und dadurch entsteht die wunderbare Qualität von 300 dB und alles ist wunderbar lesbar. Wir schließen nun den Druckkopf. Dadurch entsteht Anpressdruck. Jetzt wird das Material mit dem Farbband durch den Druckkopf befördert. Dabei erhitzen sich jetzt genau diese Dots. Es schmilzt das Farbband und das Farbband geht eine feste Verbindung mit dem Material ein. Das ist Thermotransferbedruckung. Oft erreicht uns natürlich die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Thermotransfer und Thermodirektbedruckung? Ich brauche jetzt ein bisschen Platz, um Ihnen das zu zeigen. Thermodirekt ist zum Beispiel der klassische Kassenzettel. Den hat jeder von Ihnen schon mal bekommen. Da wird die Schrift nur mit Wärme auf das Thermopapier gebracht. Ist aber keine Farbe im Spiel. Bei Thermotransferbedruckung hingegen ist das ganz anders. Die Etiketten sind mit der Farbe bedruckt und auch in der Industrie sind solche Tests mit Reinigungstüchern ganz üblich. Das heißt, man nimmt alkoholische Tücher aus Isoproponol und macht mit kräftigen Abriebetests wirklich mal den Test im Härtefall. Was passiert, wenn ich oft und viel drücke mit Kraft, mit Alkohol und Sie sehen, alles ist noch perfekt lesbar. Das ist die Qualität von Thermotransferbedruckung. Für die Thermotransferbedruckung brauchen wir unterschiedliche Farbbänder. Einmal in unterschiedlichen Breiten. Besonders schmale Produkte bedrucken wir mit schmalen Farbbänden in der Breite von 30 bis 40 mm. Besonders breite Produkte haben wir Farbbänder von 100 bis 110 mm. Und das gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. Wenn ich zum Beispiel Papieretiketten oder selbstlaminierende Ketten bedrucken will, reicht das einfachste und kostengünstigste Farbband ein Wachsfarbband. Wenn ich aber Abriebfestigkeit, wie vorhin gezeigt, oder besonders hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienresistenz brauche, dann bitte unbedingt ein Harzfarbband verwenden. Oder für Besonderheiten hitzestabile Farbbänder. Farbbänder gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich vergleiche das Thema Farbband immer mit der Ehe. Nur wenn beide perfekt zusammenpassen, erreichen sie ein langlebiges, perfektes Ergebnis. So ist es auch mit dem zu bedruckten Material und dem passenden Farbband. Und nun zur Premiere unseres TT431. Einem kleinen praktischen Drucker für kleine und mittlere Mengen und wenn Sie nicht so häufig Materialwechsel durchführen. Wenn Sie wissen wollen, wie man Material anlegt und Farbband, klicken Sie bitte hier. Genauso wie der Industriedrucker hat auch jetzt der kleine Drucker ein neues, modernes Farbtouch-Display bekommen. Wenn wir ihn einschalten, sehen Sie, das Menü fährt hoch und anschließend kann der Bediener sehr bedienerfreundlich auf dem Touch-Display seine Auswahl treffen. Der Drucker ist der Nachfolger des TT430 und ist somit ein besonders ausgereifter bedienerfreundlicher Drucker. Als Zubehör bieten wir zum TT431 unseren Kunden auch noch Schneidemesser an oder Perforatoren. Dazu muss man vorne am Drucker die Abrisskante entfernen und dafür das Schneidemesser oder den Perforator montieren. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Schneiden ist so oder perforieren, da muss man anschließend Stück für Stück noch abtrennen. Das ist der Unterschied zwischen Schneiden und Perforieren. Zum Schluss empfehle ich Ihnen auf jeden Fall unsere innovative Software Tagprint Pro. Damit lassen sich die Vorlagen perfekt, schnell und einfach gestalten. Wenn Sie noch weitere Informationen wünschen, klicken Sie bitte unten auf den Link. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir ein Like. Ansonsten freue ich mich auf Ihren nächsten Besuch, wenn es heißt Hellermann-Typen-Akademie, dem Ort von Profis für Profis. Ansonsten freue ich mich auf Ihren nächsten Besuch, wenn es heißt Hellermann-Typen-Akademie, dem Ort von Profis für Profis. Ansonsten freue ich mich auf Ihren nächsten Besuch, wenn es heißt Hellermann-Typen-Akademie, dem Ort von Profis für Profis.